Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Wildmarinade mit Rotwein. Diese Wildmarinade mit Rotwein kann zum Marinieren von Reh-, Hirsch- oder Wildhasenfleisch verwendet werden. Für eine Portion werden folgende Zutaten benötigt. Liter trockenen Rotwein Typ Bordeaux, Eddock oder Kaor. 4 Zentiliter Weinbrand, Kognak oder Amaknak. 3 Karotten, 3 Zwiebeln, 3 Stängelglatte Petersilie, 1-2 Esslöffel Olivenöl, 2 Knoblauchzehen, 2 Zweige Thymian, 1-2 Lorbeerblätter, 3 Nelken, 15 Pfefferkörner, 6-8 Wacholderbeeren. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Schüssel, Sparschäler. Zubereitung Karotten, Zwiebel, Knoblauch schälen und kleinschneiden. Die restlichen Zutaten zufügen und diese Marinade weiterverarbeiten. Marinade für Wildschweinbraten in Rotwein. Diese Varianten gibt es Zusätzlich ein Esslöffel weiße Senfkörner oder einige Blätter Weinraute der Marinade zufügen. Wildmarinade mit Buttermilch. Eventuell statt Zwiebeln Schalotten verwenden und die Wacholderbeeren mörsern. Die Gewürze kommen noch besser zur Geltung, wenn man alles einmal kurz aufkocht. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!